Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Virtual Fighter 5 Ja, ich habe jetzt mal Bock gehabt auf so ein Prügelschläger-Spiel und da geht es auch schon fett los in dieser Musik und ja, ich habe jetzt mal gedacht, spielen wir mal eine Runde so ein bisschen Boxscheiße da wie auch immer und ich habe keine Ahnung von diesem Spiel, ah scheiße ich habe wirklich keine Ahnung, es ist komplett blind wow, leck, den muss ich ziemlich laut gerade, ich kann mal hier leiser drehen ich vermute, dass ich das nachher im Video auch leiser drehen muss aber ich glaube, das geht so okay, neue Daten erstellen von mir aus und mit wem spielen wir denn? Extreme Stereo äh, keine Ahnung äh, mit dem Spiel, Alter, der sieht doch mal geil aus den nehmen ja wenn er dann sagt, doch, nein ach Gott, dann muss ich doch neue Daten erstellen oder was und ja, diese, äh, Kampfdingster Scheiße wird, keine Ahnung, wie oft kommen kommt drauf an, wie viel Bock ich hab aber ich halt jetzt mal Bock auf so ein Prügelschläger-Game da hab ich gedacht, das hab ich mal günstig, äh, steigert von jemandem, da hab ich mir gedacht, zockst du einfach mal aber jetzt geht's schon fett los yeah, ich hab keine Ahnung von den Kombos, oder von generell was ach so gut doch, ist Rames Derry oder? doch, 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 doch ne, ich hab keine Ahnung okay, Dreieck, scheiße warte mal ich muss grad mal schauen, Controller-Einstellungen äh, das sagt mir jetzt grad gar nix der Filzliste ich will jetzt ja einfach, wisst ihr was, ich probier's einfach aus ich fail jetzt einfach mal bam, schlägt der mich einfach hoch bam, 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 schlampe bam, schlampe da tretet er, blablabla boah, der war geil da tretet er da kann man sich bewege ach, hier, mit dem hab gedacht, man kann sich mit diesem blablabla bewegen, dann muss ich mit diesem komischen, äh mit diesem Teil-Dingern scheiß da, wie auch immer bewegen komm, jetzt nimm ihn doch bam ja, das gefällt mir schon irgendwie bekomm ich gerade kompost, oder generell bekomm ich keine komposte bam ja auf jeden Fall witzig grad ja, ich hab gewonnen ju natürlich hab ich gewonnen ja, nächste Ebene, ach so, das geht so nach Ebenen Hammerfett kann man ein bisschen was zocken komm, startdrücken ich will ihn fertig machen yeah ja, schön animiert ist jetzt was anderes, aber es ist alter ach so, startdrücken hey, doch okay ach so, für den anderen Spieler, oder was ach komm, der macht mich jetzt nicht fertig bam fuck, der macht mich doch fertig komm auf die Glocken ich hab keine Ahnung, in diesem Scheiße ich hab echt keine Ahnung, an dem Ding ich bin generell spiele ich auch echt nicht so viele Prügel Spiele, aber ich hatte jetzt mal Bock auf irgendwas Prügelmäßiges BAM 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 nein, scheiße ah, da greift man, stimmt warum kriegt ich der von den Arsch ach so, man bewegt sich so mit dem da natürlich BAM alter alter, das quält mir jetzt schon Fight 3 wir gehen jetzt erstmal auf die Presse BAM ich muss mich echt erstmal dran gewöhnen oh, der hab ich aber gut geblockt nein, das war nicht so gut komm ah, jawoll BAM boah, gegen die Glasscheibe komm du 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 ah je auf jeden Fall witzig grad mal tief im Schnee genau wie kann man den blocken alter, der war ein geiler Schlag what lass mich doch in Ruhe alter BAM BAM so muss es sein wie kann man ich würd gehen jetzt mal Kombos machen nicht immer die selbe Scheiße aber ich hab grad keine Ahnung warte kurz was muss man dann so ne Scheiße machen hier so den ja oder was naja zack BAM 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 ja ich hab sogar noch fertig gemacht ich hab schlappe ja wrestler da kann noch gar nix wenn ihr mehr sehen wollt wenn ihr mehr sehen wollt dann schreibt's mir Kommentare auf jeden Fall komm ich nicht regelmäßig nur wenn ich Bock hab einfach mal so ein bisschen einfach mal draufschlagen aufschlagen das ist so ein probe in den sowas da bin ich der verarschne wixer BAM BAM jawoll hier vor dem wieder auf einmal heißt Witcher 5 5 ja ich kenn mich gar nicht mehr so ne Scheiße aus das sieht sich irgendwie aus und äh ich glaube es kann schon mittlerweile nur noch 20 Euro oder 12 Euro oder so keine Ahnung ich hab's bei jedem gebraucht gekauft als im Schrank gehabt habe ich gesagt kann ich es mitnehmen also ja gibt mir so viel Geld und habe ich auch noch ein paar andere Spiele gekauft wie zum Beispiel Street Fighter kann ich auch mal mit euch zocken weil ich würde auch mal mit dem Christ noch was hier ist mir ist da glaube ich auch mal was ist witzig als halt nämlich so verarschne blühe schlampe ich lass mich doch nicht von der Frau gesehen BAM komm her ach so kann man kommen oder was also BAM yeah aber irgendwie bin ich doch gar nicht so schlecht fürs erste Mal BAM ich würd gern ein Kombo ich würd gern Block Alter komm zack brech hier ein bestens Knick BAM BAM komm hau doch jetzt mal drauf richtig ja genau ich mach sie nicht kaffee ne Frau boah da ist ja schon so ne Kischte 3 BAM die müssen jetzt aber gewinnen die Wunder ja genau komm die möchte ich doch verarschen nein nein die macht mich nicht fertig BAM so auf jeden Fall so komm ja immer die selber Takt oder was ne nicht mit mich verarschen nein nein nichts ich hab' ich verloren gegen die die blöse hau das geht's doch nicht für play fack wie los continue komm hier aus so jetzt mach' man von Anfang wieder los oder was ne doch nicht ah da kann man jetzt weiter man geiler Scheiß aber ich leide ich jetzt mal was anderes man andere spielen hier ich will es hier kein ding hier machen technik ja machen wir deshalb mal wir drücken einfach mal irgendwelche geile scheiße hier kein name ja nein 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 den wollte ich jetzt hello ach egal Ok, neust du im Story Modus oder was? neust du neust du einfach yes, mach halt mal, hat er keinn durchgespielt weißt du, ach so was hab ich jetzt eigentlich kein Bock ich will jetzt irgendwie einfach nur kämpfen und jetzt nur Scheiß-Questscheiße machen nein ich will nichts speichern ja dann machen wir einfach mal keine ahnung so gleich mal nicht schlecht ein bisschen so gern zu kommen muss unsere scheiße nicht stehen ich will neues erstellen wir nehmen wir denn jetzt schon immer den da sondern als gegner aber muss sagen ich bin eigentlich ganz okay ich habe street weiter mal gezockt zwischendurch und ich finde eigentlich ich finde street fighter spielt sich ein bisschen geiler muss ich sagen vielleicht auch nur weil ich jetzt gerade nur am anfang es gezockt habe so macht man hier links kommst du ja auch so macht man zack ja okay da macht man so kicks ach da war ich nur aus das ist gut zu wissen warum schlägt man hoch und so ach so natürlich kann man so auch verschiedene muss wahrscheinlich so ich kann mich nicht so kann man denn da kommt muss machen woher war gut natürlich warum bin ich spaß bam 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 ok es geht doch eigentlich schon ziemlich gut aber ich möchte jetzt gerne das kombo machen irgendwie mal so richtig geil Wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich das möchte. Nee, irgendwie nicht.